Herzlich willkommen zum großen Gebrauchtwagen-Check von Autobild. Mein Name ist Alex Weselski, einigen von Ihnen vielleicht als der Checker bekannt. Superschöne Alus. Wow! Möchtest du einen haben? Ich bin nicht allein, nein, ich und mein Kollege Lars Busemann. Lederausstattung. Oh, Lederausstattung. Heute erfahren Sie alles, worauf Sie achten müssen beim Gebrauchtwagenkauf in der Klasse bis 10.000 Euro. Also, Menschenskinder, na, da geht was vorwärts, Herr Busemann. Mehr, 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 yeah! Der zieht richtig los, da merkt man, da steckt BMW-Know-how unter der Haube. Agil ist er allemal. Knackig, sportlich, geil. Genauso wie der Parfumspender. Also, riechen tut es nicht und das Einzige, was hier riecht, sind wir zwei, also mittelangenehm nur. Tropft nicht, aber der spricht schon ganz ordentlich. Das Gelenk ist etwas ausgeschlagen, technisch völlig unbedenklich, aber etwas unschön. Alle Buchsen, alle Lager, Auge drauf. Aber dass die schon rostet, ist doch auch wieder ätzend. Meine Damen und Herren, so sieht ein fünf Jahre alter Neuwagen aus. Das muss Murksabwerk sein. Ah, mein Gebetsteppich. Der Aderaum-Rolo ist da, hoffentlich klappert es nicht beim Probefahren. Ein bisschen wie auf dem Schiff. Ein wenig Seegang, es geht ein bisschen auf und ab und wenn es jetzt noch länger so weitergeht, wird mir schlecht. Was machen wir jetzt? Lass uns Paolo sagen. Ah, ja.